Hallo ihr Lieben, heute erzähle ich euch ein bisschen was vom Steinbock-Ratten. Die Steinbock-Ratten, die im Zeichen Steinbock geborenen Ratten, machen sich das Leben nicht leicht. Stets wollen sie aus allem das Beste herausholen und merken dann zum eigenen Verdruss, dass manches im Leben Halbheit ist und bleiben wird, aber sie geben nie auf. Immer und immer wieder versuchen sie, die Welt in ihrem Sinne zu verbessern. Viele Steinbock-Ratten bleiben darum Einzelgänger, die nicht nach rechts und nicht nach links blicken. Sie fressen manches in sich hinein, zahlen es aber irgendwann heim, wenn ihnen Unrechtes wieder vor. Vor allem Frauen dieses Typs klammern sich oft zu sehr an Beruf fest, der ihnen über alles geht. Sie möchten zwar perfekte Hausfrau und Mutter werden, aber nur in einer Art Nebenbeschäftigung. Männer unter dem Steinbock-Ratten-Zeichen lassen sich nur schwer in die Ehefalle locken. Zunächst haben sie wohl mit sich selbst und ihrem Beruf zu tun. Man will ja schliesslich nicht mit leeren Händen in das Ehe-Wagnis schlittern. Haben sie sich dann doch noch zur Familiengründung entschlossen, ist es oft schwer, die richtige zu finden. Das war der Steinbock-Ratte. Für mehr Videos im Bereich Esoterik, Produkttests und Haushaltstipps würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Video.